Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Apex Legends News Video von mir und heute werde ich euch alle neuen Leaks zur neuen Legende und der neuen Season mitteilen. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann lasst gerne doch mal ein Abo da. Bevor wir aber mit den Leaks anfangen, wollte ich mich herzlich nochmal für eure unzähligen positiven Feedback-Kommentare der letzten Videos bedanken. Falls ihr einen Wunsch auf ein spezielles Thema als Video habt, dann lasst mich euren Wunsch in den Kommentaren wissen. Kommen wir aber dann jetzt zu den Leaks, nämlich zu der neuen Legende, der Fuse heißen wird. Wir wissen nicht allzu viel über Fuse, aber was wir wissen ist, dass diese Animation seine taktische Fähigkeit nachlädt. Was wir außerdem wissen ist, dass die ultimative Fähigkeit ein Mörser sein wird. Nämlich hat Fuse auf seinem Rücken eine große Kanone. Außerdem wissen wir, dass er ein explosiver Champion sein wird, der sich gut zu nutzen lassen wird, um verschiedene Teams auf dem freien Feld mit dem Mörser zu erledigen. Was wir außerdem wissen ist, dass diese Bombe Fuse als Munition für seinen Mörser nutzen wird, da sie den Schriftzug Fuse Barbecue hat. Außerdem gibt es noch eine große Audiodatei, die alle Sounds liegt, die wir hören werden, wenn Fuse seine Fähigkeiten nutzt. Und das sind sie. Kommen Sie im еёeren Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen wir aber jetzt zu den kleineren Leaks, zu neuen Season. Nämlich werden wir in der nächsten Season etwas mehr über Horizons Geschichte erfahren und was es damit auf sich hat, dass wir in Olympus gelandet sind. Nämlich wurde eine Audio-Datei geleakt, in der Horizon die Audio-Datei ihres Sohnes anhört und hier ist sie. Mom, they told me you were dead, but we were together, remember? I said I love you, then you said I love you, and... Newton? No, that can't even be possible, no. I... Dr. Reed said you died, but you didn't die. Everyone says it was a dream, but I know it's real. You came back like you said... Aye, son. And if I have to, I'll rewrite the bloody laws of the universe to do it. You can do it, Mom. I know it. It's true. The Phase Runner. The Phase Runner. Oh, denny worry. I hear you. Loud and clear, son. I'm keeping my promise. Well, 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 Dr. Summers. Oh, fancy that. It's me. Well, it's you, to be precise. Just a wee change in time, eh? Oh, you did it, you brilliant lassie. You did it. Or you will do it. You'll make it home. To here. So don't you dare give up, girl. See, Mom. I told you you'd do it. Aye. I did it. How bloody did it. Well, I'll do it. I'll see you soon, Newton. Promise. Aye. In der Audio-Datei konnte man gut hören, dass die Phase Runner etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Daher gibt es Vermutungen, dass Horizon eines Tages gegen Phase Runner kämpfen wird, um ihren Sohn wiederzusehen. Das wären aber alle aktuellen Leaks zu Apex Legends. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Abo da und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.